Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Call of Duty Black Ops 2 Team Deathmatch auf, ich glaub Meltdown war das jetzt, ich hab das nicht richtig mitgekriegt. Ich hab minimal mein, ich hab schon wieder vergessen meine blöde Steuerung anzugucken. Das ist super. Ich spiel glaub ich nur noch mit gegen Profis, ne? Wir haben die Kontrolle übernommen. Ah, sind noch ein paar Level 1er jetzt diesmal dabei. Wir haben die Kontrolle übernommen, ja super. Und keiner weiß hier wo Feinde sind. Doch da. Und natürlich hab ich den von hinten erschossen. So wie nahezu jeder bei Call of Duty stirbt. Okay, den Typen hier oben haben wir auch. Also beziehungsweise hat wer anders vorher plattgemacht. Ja, meine Fresse ey, Junge. Wir haben die Kontrolle verloren. Wir haben die Führung übernommen. Okay, ich hab jetzt gerade noch irgendwas freigeschaltet, hab ich gesehen. Schnell nachladen. Schnell nachladen. Den... Der war doch grad nur hier. Ist ja das Fenster raus, oder was? Ohhhh. Klopapier. Oh, cool an Nick. Klopapier. Okay. Ohhhh. So. Geronimo. Ohhhh. Geronimo. Ja. Du mich auch. Ohhhh. Ja super. Wir fliegen schon die... Verbündete Vorräte unterwegs. Okay, die sind alle irgendwo hier. Ja, und... Es ist toll, wenn man die Karten nicht kennt. Da hilft das einem auch nicht, wenn man hier einen roten Punkt auf dem Radar hat. Wenn man nicht weiß, auf welcher Etage die vielleicht sein könnten. Oder von wo hier geschossen wird. Ohhhh. Ich hab den nicht mal da langlaufen sehen eben. Meine Fresse. Äh. Kann ja mal nicht sein. Ja, super. Jetzt kommt die wieder, ey. Die Scheiße. Ohhhh. Wo kommen die immer alle her? Meine Fresse. Das ist totale Scheiße, nur von hinten abgeknallt zu werden. Ich mochte Newtowner, konnte man nicht die ganze Zeit... Wurde man nicht die ganze Zeit von hinten abgeknallt? Ohhhh. Ich werd jetzt gleich eh wieder von hinten erschossen. Was sag ich? Was hab ich verfickt nochmal gesagt? Von ner Drohne von hinten, ey. Wo wurde ich jetzt beschossen? Ey, das ist doch totaler Scheiß mit der Dreckskacke, ey. Ja, toll. Ey, das Spiel ist, ne... Ganz ehrlich, Jungs. Ich weiß, wo das Spiel so gehatet wird. Achtung! Feindlicher Tarnhelikopter unterwegs! Jaaa, machen wir noch Tarnhelikopter. Was wollen wir denn noch haben? Schönen Sachen, die uns... Wogegen wir keine Chance haben und nichts gegen machen können. Ja, weil sie wenigstens... Jetzt kann man da auf einmal hochklettern, ey. Ey, das ist doch kacke, wenn man nur mit so guten Leuten zusammenspiel... äh, gegenspielt, ey. Okay, wir haben einen Stufe 33 dabei. Einen noch 55 in unserem Team, der total am Sacken ist. Wie ist der denn 55 geworden? Oh Gott, hast du jetzt gekauft, oder was, den Rang? Wenn die da reinwerfen? Cool. So. Alter! Da laufen die ganze Zeit da rum und dann immer von hinten. Der Zeitplan ist in Gefahr. Beeilung! Der Zeitplan ist mir ziemlich sowas von scheißegal. Ich hab doch hier gerade einen gesehen. Jaaaa, ey, was machen die denn da? Ja, campen die da, ey. Leute. Jetzt weiß ich nicht, warum ich Battlefield spiele. Echt jetzt. Du hast doch keine Chance, wenn du, äh, nicht gerade Level 5 Milliarden bist mit den besten... ...der besten Ausrüstung und so'n Scheiß. Verbündete Drohne nähert sich. Na los! Na los! Na los! Der feindlicher Blitzschlag steht davor! Punktelimiter leicht. Yeah, Niederlage. Ach, halt die Fresse. Das ist echt so, das macht nicht großartig viel Spaß. Ich guck jetzt mal, was ich so alles... Toll! Hat den weggebombt! Yeah! Tolles Spiel! Also da macht Battlefield echt mehr Laune. Meiner Meinung nach. Aber gut. Hören wir auf mit dem Rumgehälte. Gucken wir uns an, was wir so alles Tolles noch machen können jetzt hier. Erstmal gehen wir hier aus der Lobby raus. Und dann gehen wir mal in den Klasseneditor und packen noch ein bisschen hier... Ah, die sieht doch schön aus. Niedrige Feuerrate. Hm. Ich hatte die genommen, weil die halt eine höhere Reichweite hatte. Aber Reichweite ist ja scheißegal in dem Spiel. Ich probiere die jetzt nochmal aus, weil die eine viel zu niedrige Feuerrate hat. Ähm, was haben wir hier noch? Nichts können wir da drauf packen. Toll. Dann nehmen wir mal eine Sekundärwaffe mit. Da hatte ich mir die freigeschaltet mal. Hier kann ich extra Gier 2... Brauche ich aber nix, ne? Kaltkühl, flinke Hände, schneller Waffenwechsel und schneller Einsatz von Ausrüstung. Ähm, sie weichen weniger zurück, wenn sie getroffen werden. Na, dann eher an all das einfach mal. Sprinten? Nee. Schneller Ziel nach Sprint, ja. Das finde ich. Aber hier könnte ich mir... Stört feindliche elektronische Systeme, verwirrt Feinde und veraltert ihre Bewegung, Rauchwand, erkennt feindliche Soldaten im Sichtbereich. Nee. Lasst mal mal so... Komm, hier kann ich.... ... für KI-Geschleude und Duftunterstützung nicht erkennbar, aha. Joah, toll! Ja, das ist doch auch so eine Scheiße, das als Anfänger gar keine Chance. Okay, ja doch, die ist jetzt gewechselt, genau. Aber wie kann ich jetzt, ich gucke mal an den Optionen nach, Optionen, Steuerung, Kampf, nächste Waffe. Ach, kann man nur mit dem Mausrad durchwechseln, nicht mit irgendwie 1, 2 und so, ist ja auch doof. Na gut, jetzt weiß ich es. Mit G, okay. So, das war Benutzen. Punkteserien, kann ich mit 1 und 2 durchwählen. Ah, deswegen, da kann ich Punkteserien mit aktivieren, mit der 3. Das habe ich ja schon mal irgendwie geguckt gehabt. Wollte ich ganz wieder vergessen, natürlich. Eine Ohne machen wir noch. Spiel suchen, Standard, aber diesmal nicht Team Deathmatch. Und zwar machen wir diesmal, äh, in jedem Welt gibt es eine neutrale Basis zu erholen. Halten Sie die Punkte bei dem Team, das siegt, steigen keine Spieler neu ein. Dass das Hauptquartier hält. Ah, okay. Probieren wir einfach mal. Gucken wir uns mal hier jetzt den Spielmodus Hauptquartier an. Hauptquartier. Bin ich jetzt hier mitten im... Ziele einnehmen. Hauptquartier wurde identifiziert. Okay. Yay, ein Geschütz. Tolle Sache. Tolle Sache. Ah, fängt ja super an, das Spiel. Achtung! Ziele einnehmen. Bin beim Nachladen. Oh, komm schon. Lauf mal hier mal lang. Was, ach, da lag einer, den haben wir aber auch nicht gesehen. Durch diese komische Sonstwas-Scheiße, die da rumlag. Hm. Ja, war da noch ein anderer, oder? Wie hat der mich so schnell erledigt? Alter, was sind das für... Naah. Hm. Feindliche Drohne nähert sich. Hm. Ja, toll. Erschütterungsgranate geworden! Wir verlieren diesen Kampf! Granate, Granate! Bäm! Warum fliegt meine Granate nicht mehr hoch? Mein! Ist doch doof. Hauptquartier verloren! Ja. Hauptquartier lokalisiert! Uh, ich hab ein Hauptquartier. Direkt hier um die Ecke bei mir. Achtung! Feindliche MQ-27 Dragonfire entdeckt! Muss man hier irgendwas drücken? Alter! Feindlicher Blitzschlag steht bevor! Ja, schießt noch mit Kanonen sonst hier auf mich, ist mir da egal. Ich war doch da an... Hauptquartier ist online. Ja, er fliegt wie der in so eine komische Drohne. Wo kommen die alle her, ey? Scheiß Rauchgranaten! Das ist ja super. Achtung! Feindliche Truppen haben das Hauptquartier eingenommen! Ein weiterer Abschluss! Jo. War ich hier jetzt oder nicht? Niederlage. Missionsprofil gescheitert! Jo. Das wär's dann auch für die heutige Runde. Ich hab echt derbe verkackt. Beide Spiele. Und mal ein bisschen das Menü da angeguckt. Ja, ja. Tschö mit Ö. Ciao. Mit V. Mit V. Oh.